willkommen zurück zu super mario bros wonder das level haben wir abgeschlossen das haben wir abgeschlossen das unten auch das noch nicht das haben wir da hinten war ja kein level da war ja nur der verkaufsstand da denke ich mir halt das auch noch was aber da komme ich nicht rauf und wenn wüsste ich nicht wie und darüber komme ich auch nicht also da wo das ist da hoch wir haben das alles schon gemacht was ich halt erreichen kann die frage ist jetzt wenn wir hier den dann nach dem level ansprechen was dann passiert gibt es keine empfehlung er ist wieder so ein wenig ich mache mal so ja zeit rennt schon die brauchen doch viel zu lange ja das kostet mir schon irrsinnig viel zeit junge ich verliere so viel zeit also wie lange hat man denn hier zeit das zu machen das geht auf jeden fall besser ja der kleine der braucht halt immer so lange man ich kann den da nicht ziehen jetzt aber komm weiter war das langsam kommen jetzt also irgendwelche pflanzen da kriegen jetzt wieder ja komm her da komm her ja 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 ich krieg die alle nicht ja wie soll ich denn die ja habe ich die kriege ich nicht mal so mal jungen was sind das für ein level ja ich ja danke Ey, jedes Mal macht er die kaputt. Ja, danke. Warte, komm her. Nein. Ja, ich treff den nicht. Der macht die jedes Mal kaputt. Danke. Wie schlecht war ich? Von 1 bis 10, 10. Warte, ich sollte da unten stehen und... Ja, nicht mal das kriege ich hin. Komm raus jetzt. Nein, nicht nach oben. Da seitlich. Ich kriege den nicht. Junge, Zeit zählt noch immer. Tolles Level. Da sind noch die. Aber gut, die gehen ja noch. Also die sind nicht allzu schwer. Im Gegensatz zu den anderen. Hä, noch 5? Da unten sind auch noch welche. Hä? Die Zeit ist sowieso... Ich weiß nicht. Kann man besser machen. Ähm. Nehmen wir das. Da bringen wir ja nicht mal das Abzeichen was. Ja, aber ich sollte schon den Elefanten... Am Anfang. Schauen wir mal, ob es besser geht. Hopp. Ja, komm her. Ah, ich verliere Zeit. Ja, dann da rüber. Warte. Rüber. Äh, jetzt. Komm. Hoch da. Warte. Dreh dich. Jetzt. Ist denke ich mal ein bisschen schneller. Jetzt kommt die dumme Runde. Adi, hopp. Nein. Da kann man echt viel Zeit verlieren. Nein. Leider nein. Ja. Ja. Warte. Komm her. Nee, die kann ich nicht so treffen. Kann ich die so treffen? Ja. Ist doch viel leichter. Als die so zu treffen. Ja. Ja. Komm. Ist doch auch schneller. Weiter. Adi, hopp. Komm. Ja. Komm. Ja. Komm her. Nein. Ist egal. Ich krieg das nicht hin. Komm. Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Ja, aber der bringt mir nichts. Hm. Scheitert bei mir immer am. Geh schon, dass ich beim ersten schon bei den Mumien da den Treffer krieg. Ja, der Bohrpilz bringt mir ja nichts. Ich mach's mal so. Aber ich sollte das doch schaffen können. Ja, wenn ich hier schon Zeit verliere, weiß ich nicht was. Nein. Komm her. Jetzt den ziehen. Weiter. 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 Komm bitte. Komm her. Ja. Ja. Komm. Lass dich ziehen. Lass dich ziehen. Wenn ich mich hier halt schon. Komm. Ja, egal. Nehme ich in Kauf. Komm. Ja, weiter. Wenn ich mich halt hier schon. Treffen lass. Nein. Go. Mann. Ich treff nicht mal. Ärgste Betrug. Nein. Ja. Hopp. Ja. Ja. Komm. Komm. Komm bitte. Nein. Ich kann die nicht treffen. Ich hab gesehen davon, dass ich beim nächsten eh scheitern werde. Ja, was ist das denn? Danke. Jetzt muss der sich wieder verteidigen. Ich bin froh, wenn ich es hab. Ich werde jetzt wieder getroffen werden. Das ist so der größte Betrug hier. Die nächste Passage. Hopp. Kann man die auch so treffen? Das ist ja viel einfacher, wenn man die auch von unten treffen kann. Perfekt. Zeit gespart. Ja, aber jetzt bin ich klein. Jetzt bin ich auf. Ja, stark. 150 hatte ich ja vorher beim ersten Versuch. Das darf nicht sein. Bin am letzten gescheitert. Ja, warte dann so. Und so. Ich versuch's mal so. Ja. Go. Komm. Komm. Mach. Nein, du kleiner. Weiter. Weiter. Komm weiter. Ja, dann nimm mit. Sehr gut. Ja. Rüber da. Ja, egal. Nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass wir den ordentlich machen. Hopp. Hopp. Warte. Ja. Also von der Zeit her ungefähr gleich immer. Aber das sind wir ja gewohnt. Ja, stark. Schade. Ja. Komm. Ja. Ja. Okay. Jetzt nach hier unten. Warte. Nein, schade. Ein verbraucht. Ja, weiter. Ja. Weiter. Ja. Stark. Komm. Nein, da hat's ein bisschen Zeit gekostet. Aber okay. Okay, das geht. Ist stark. Schade. Komm. Ja. Komm. Ja. Na, du hopp. Mach. Ja. 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 Komm. Ich kann mir den Treffer erlauben. Ja, komm her. Nein. Ich krieg nicht mal ein, oder? Wie viele ist denn da noch? Noch zwei. Ja. Komm. Ja. Die waren jetzt mal schneller fertig. 100. Ja. Na ja, okay. Machen wir aber nicht noch mal. Ja. 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 level da kommen zu den anderen level oder wie geheimgang im schieb max haus okay wir müssen schieben da oben ist nichts mitnehmen ich habe keine leben mehr fällt mir jetzt erst ein was passiert jetzt her herr aber die sind gespeichert oder wie ja was habe ich denn da jetzt freigeschalten was was scrawling level ok hä hä ok joa warum nicht ne bringt ja wohl naps ok vielleicht jetzt aber nicht gebracht ist auch wieder weg ja ja dann wieder rein ins level ok ja ja mach mal ok weiter ja hopp hopp komm pping genau in dem moment spring und in dem moment spring ich nicht länge mir das an zur sicherheit weiter ja Und da dahinter, komm. Jo. Okay. Weiter. Hä? Ja, aber wo lang? Ah. Was? Wie komme ich da rüber? Okay. Ah ja. Hä? Okay. Wieder zurück. Dann da hoch. Jo, ist ganz nett. Ja. Elefant wieder. Gut, damit haben wir einen zweiten. Was bringt mir das jetzt? Okay. Ja, aber ich würde gern da hoch. Nein. Ja. Ich bin gesprungen. Was? Was ist ein Betrug? Aber okay. Gut, hat er gespeichert. Deswegen müssen wir die rüber schieben. Dass wir hier durch können. Können aber auch hinten durch. Das führt mich hier hin. Okay. Ja, aber sollen die doch schieben, oder nicht? Hä? Hä? Ach so. Ja, aber wie soll ich denn dagegen halten? Hä? 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 Da kann ich nichts machen. Was? Was? Was ist das für eine dumme Wunderblume? Level ist okay, aber... Das ganze Spiel ist ein Wunder für sich. Ich komme hier nicht weg. Ja, schon, aber... Ich aktiviere mal hier. Und mache dann den hier. Aber ich kann da ja nicht gegenhalten. Hä? Wie halte ich ihn da dagegen? Weil er drückt ja nicht. Ja, wo hier drüben? Hä? Was ist da drüben? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Verstehe es nur ich nicht, oder? Ja, aber was ist hier drüben? Da ist ja nichts, oder? Also ich kann da drüben ja nichts machen, oder? Loll! Jetzt habe ich es erst verstanden. Ja. Ach so, den kann man gar nicht besiegen. Hä? Wofür ist die denn da? Okay. Ja, warum nicht? Komm. Schieb. Mach. Hopp. Ja. Ja. Geh da hoch. Aktivier, aktivier. Mann. Gib mir den Pilz. Danke. Komm. Ja. Mach. Ja. Mach. Mach. Der kommt ja gar nicht mehr, oder? Naja. War ein bisschen eigenartig jetzt. Aber okay. Und da geht's weiter. Okay. Ah ja. Okay. Nein. Warte. Warte. Weg da. Hopp. Komm. Bisschen schieben wieder. Natürlich. Aber ist gespeichert. Komm. Weiter. Hopp. 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 Ja. Rein da. Und weiter. Jetzt müssen wir da oben. Die Tür schieben. Kann man die? Will ich nicht testen. Ob man's kann. Das schieben wir jetzt da rüber. Und gehen hier rein. Schieben jetzt hier drüben. Hä? Was? Was? Warum schiebe ich den? Macht der gar keinen Sinn. Oder ist hier was? Macht das Sinn? Schauen wir mal. Hopp. Hä? Okay. Nee, die brauch ich nicht. Hopp. Hopp. Ah. Okay. Secret exit. Dann müssen wir das Level noch mal machen. Weiter geht's. Und jetzt der normale Weg. Joa. Hm. Hopp. Ah, schade. Oh gut, da ist ein Item drin. Dann weiter. Ja, wo muss ich denn lang? Ah, da war ja die Tür. Dann da rein. Dann das hier wieder. Achso, das müssen wir wieder so machen. Ja. Kann ich da nicht? Ne, kann ich nicht. Okay, jetzt geht's. Komm. Rein da. Checkpoint. Sehr nett. Ja. Komm mit. Weiter da. Weiter da. Und durch die Tür. Das müssen wir wieder machen. Bisschen. Aber okay. Geh weg. Danke. Ja. Hopp. Ja, durch da. Und dann haben wir sie gleich. Ja. Okay. Fertig. Haben wir da auch beide Ausgänge gefunden. Da gibt's ja wieder zwei Zielflaggen. Aber auch da haben wir beide gefunden. Gibt's hier noch was? Spezielle. Gehen wir mal da rein. Okay. Wie der Captain Todd. Der ist auch überall hier. Aber man bekommt immer 50 Münzen. Ja. Ist ja ganz nett. Da hoch komme ich aber immer noch nicht. Achso. Und der Rest ist dann wieder gesperrt. Ja. Warum nicht? Dann danke fürs Ansehen. Hoffe hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rotschlumpf. Tschüss. 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 Tschüss.